Danke, Allrad! Oh, oh, das wird eng! Sattelbeck, du geht! Danke fürs Schwarmchecker-Schauen! Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiter befolgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben. Vielen Dank dafür! Jetzt habt ihr hier noch drei Videos, wo ihr euch eintreten könnt. Schaut es euch an, habt viel Spaß! Wir sagen Danke fürs Schauen und bis bald! Eure Schwabenchecker! Ciao! Ciao.